Na gut, unterm Eimer so schaufeln ist ein bisschen ungeschickt, aber egal. Kriegen wir auch noch hin. Oh, mein Eimer umgeschmissen. Mein schönes Gold geht trotzdem, Gott sei Dank. Also das wäre mir dann auch ein bisschen zu realistisch. Jedes Mal, wenn der Eimer umfallen würde, das ganze Gold draußen liegen würde. Und dann mit Schaufel und Besen das Zeug zusammenkratzen müsstest.